Das verheerende Feuer war auf der Corona-Station der Al-Hussein-Ausbildungsklinik in der Stadt Nasiriyah im Südirak ausgebrochen. Nach Angaben von Krankenhausmitarbeitern soll die Station erst vor drei Monaten eröffnet worden sein und 70 Betten besessen haben. Die Polizei vermutet bislang, dass das Feuer durch die Explosion eines Sauerstofftanks verursacht wurde. Im Irak herrschen derzeit Tageshöchsttemperaturen von rund 50 Grad. Aufgrund von Stromausfällen können Klimaanlagen oft nicht betrieben werden. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass im Irak eine Klinik für Corona-Patienten von einem Großfeuer zerstört wird. Im April starben bei einem Brand im Ibn-el-Khatib-Krankenhaus in Bagdad mindestens 82 Menschen. Damals war ein Sauerstofftank explodiert. Nach dem Unglück trat der Gesundheitsminister zurück. In irakischen Kliniken werden die Sicherheitsstandards oft nicht eingehalten. Das Feuer in der Al-Hussein-Klinik von Nasiriyah konnte nach einigen Stunden gelöscht werden. Das teilte der Leiter der Zivilschutzbehörde mit. Das Gesundheitsamt der Provinz, in der sich die Stadt befindet, hatte am Abend noch während des Brandes den Notstand ausgerufen und alle Ärzte der Provinz aufgefordert, sich für einen eventuellen Einsatz bereit zu halten. Das Gesundheitsamt der Provinz, in der sich die Stadt befindet, hat am Abend noch während des Brandes den Notstand ausgerufen. Das Gesundheitsamt der Provinz, in der sich die Stadt befindet, hat am Abend noch während des Brandes den Notstand ausgerufen. Das Gesundheitsamt der Provinz, in der sich die Stadt befindet, hat am Abend noch während des Brandes den Notstand ausgerufen. Das Gesundheitsamt der Provinz, in der sich die Stadt befindet, hat am Abend noch während des Brandes den Notstand ausgerufen. Das Gesundheitsamt der Provinz, in der sich die Stadt befindet, hat am Abend noch während des Brandes den Notstand ausgerufen.